Wir haben gesehen, dass aus der Kulturnation Deutschland der größte Aggressor des 20. Jahrhunderts wurde. Und um zu erkennen, wie es dazu kommen konnte, werfen wir nun einen Blick auf die geistliche Landschaft in Deutschland zur Zeit der Jahrhundertwende. In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts herrschte in den christlichen Kreisen in Deutschland eine erwartungsvolle, geradezu erweckliche Atmosphäre. Gott hatte Jahrzehnte des Segens gegeben und im ganzen Land gab es einen Aufbruch. Es gab missionarische Aktivitäten, auch Weltmissionen war ein Thema. Es gab diakonische Werke, Gemeinden und Verbände entstanden. Es gab effektive Evangelisation und ein wirklich aufblühendes geistliches Leben. 1846 wurde in London die Evangelische Allianz gegründet. Es war ein Zusammenschluss gläubiger Christen. Über 900 Teilnehmer kamen zusammen. Sie waren von über 50 Denominationen. Und der Initiator und Gründer war ein Schotte, Thomas Chalmers. Und leider war dieser Schotte auch Mitglied bei den Freimaurern. Er war Vizepräsident der freimaurerischen Royal Society of Edinburgh. Die Gründungsversammlung sowie die regelmäßigen Sitzungen fanden in dem Gebäude einer Londoner Freimaurerloge statt. Knapp elf Jahre später wurde auch in Deutschland, nämlich in Berlin, die Deutsche Evangelische Allianz gegründet. Ursprünglich hatte sie den Namen Evangelischer Bund. Im Jahre 1897 entstand ein Verband, der nach einem kleinen Konferenzort in der Nähe von Magdeburg benannt wurde. Der Gnadauer Verband, benannt nach dem kleinen Ort Gnadau. Er war der Dachverband des aufblühenden deutschen Pietismus, des Neupietismus. Ein Aufbruch innerhalb der evangelischen Landeskirche. Gnadau ist eine Herrenhuter Siedlung. Und der erste Vorsitzende dieses Verbandes war Reichskraf Eduard von Pückler. Und von diesem Gnadauer Verband wird im Folgenden noch öfters die Rede sein. Der Gnadauer Verband war ein Zusammenschluss von Christen, die innerhalb der evangelischen Kirchen ein echtes, lebendiges Christentum leben wollten. Leute, die sich selbst als Pietisten bezeichneten. Der Gnadauer Verband arbeitet auf reformatorischer Grundlage, ruft zur Bekehrung auf, lehrt die Wiedergeburt, betont die Bruderschaft der Gläubigen, pflegt gemeinsames Gebet, fordert zur Heiligung auf und beteiligt Laien an der Verkündigung des Evangeliums. Überall herrschte die Sehnsucht und Erwartung, dass Gott etwas Neues und Großes tun möge. Die Auswirkungen der anziehenden und dynamischen Heiligungsbewegung, die vor allen Dingen aus USA und aus England kamen, die trug ebenso dazu bei, wie die Konferenzen des Fabrikanten Purcell Smith in England, in Oxford, Brighton und Keswick ab 1874 mit Tausenden von Teilnehmern. Ebenso auch die Erfahrung von einem Christoph Blumhardt im Befreiungs- und Heilungsdienst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der im Grunde genommen in Bad Boll ein Heilungs- und Befreiungszentrum aufgebaut hat. Dann die erwecklichen Aufbrüche in verschiedenen Regionen und eine sehr dynamische Evangelisationsbewegung. Einige der evangelistischen Top-Leute damals waren Elias Schrenk, Samuel Keller, Jakob Vetter und Jonathan Paul. Damals erlebte die Zeltmission ihre erste große Blüte. Sie war absolut topmodern, sie war ein mächtiges evangelistisches Werkzeug, was sehr effektiv war. Ab etwa 1875 war Heiligung, Hingabe und das Wirken des Heiligen Geistes das absolute Thema in diesen erweckten Kreisen. Einer der Hauptimpulsgeber war der weltbekannte amerikanische Evangelist Moody. Im deutschsprachigen Bereich war beispielsweise Karl-Heinrich Rappert, der Leiter der Pilgermission St. Krishona, einer der Hauptvertreter. Diese gespannte Erwartungshaltung war nicht an irgendeine Konfession gebunden oder Denomination, sondern sie erfasste übergreifend alle lebendigen Bewegungen und Gruppierungen und Freikirchen in ganz Deutschland, den ganzen Leib Christi. Und immer und immer wieder wurde dazu aufgefordert und dazu eingeladen, sich nach dem Wirken des Heiligen Geistes auszustrecken. Über Jahrzehnte war es das Thema der deutschen Christenheit. Wir brauchen mehr vom Heiligen Geist. Insbesondere die Gruppierungen der Gemeinschaftsbewegung, die in diesem Knallauber Verband zusammengeschlossen sind, die nahmen diese Impulse der Heiligungsbewegung begeistert auf. Der Begriff Geistestaufe war eines der Hauptthemen. Und Christen in ganz Deutschland war der Hunger nach dieser Geistestaufe nach einer Erfüllung mit dem Heiligen Geist geweckt. Viele Gruppierungen erwarteten ein neues Pfingsten. Im Blankenburger Allianzhaus, das ist das Konferenzzentrum der Evangelischen Allianz, predigte im Jahre 1905 unter sehr großem Zulauf der amerikanische Evangelist und der Präsident des Moody Bible Instituts, Reuben Torrey. Und er sagte beispielsweise Folgendes. Es ist eine Sache, wiedergeboren zu sein durch den Heiligen Geist. Es ist eine andere Sache, die noch hinzukommen muss, getauft zu sein mit dem Heiligen Geist. Dies geht ganz klar aus dem fünften Vers im ersten Kapitel der Apostelgeschichte hervor. Jesus sagte ihnen, ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Es ist ganz klar, dass sie in dieser Weise bis dahin noch nicht getauft waren. Demnach waren nach des Herrn Jesu eigener Erklärung diese Männer wiedergeboren, aber sie waren noch nicht mit dem Heiligen Geist getauft. Wir lesen in 1. Korinther 11, dass es ein Geist sei, aber eine große Mannigfaltigkeit von Gaben. Jedoch wird in jedem einzelnen Falle Kraft da sein. Ich könnte auch hier von vielen Männern und Frauen erzählen, die aus einem Zustand der Schwachheit herausgetreten sind in einen Zustand der Kraft im Dienst Gottes. Einfach dadurch, dass sie die Gabe, die ihnen verheißen war, in Anspruch nahmen. Soweit Dr. Torrey. Viele der Besucher erheben sich und Dr. Torrey betet für sie um die Geistestaufe. Und die Menschen empfinden es als einen sehr, sehr großen Segen. Ein anwesender Ex-General, General von Feebahn, von dem noch die Rede sein wird, sieht diese Veranstaltung als einen sehr großen Segen. Und ein gewisser Bernhard Kühn schreibt über diese Konferenz von einem neuen Pfingsten. Im Allianzblatt heißt es über diese Erweckung, wie sie geistmächtiger und tiefgreifender wohl keiner der 1400 Konferenzgäste erwartet hätte. Die Zeitschrift Licht und Leben berichtet von einem Geistesregen in aller Welt. Da heißt es, jetzt ist die Ernte reif. Gottes Stunde für die große, weltweite Erweckung scheint geschlagen zu haben. Das war vor über 100 Jahren. Zu Pfingsten 1905 waren die deutschen Christen aufgerufen, sich nach einem wahren Pfingsterlebnis auszustrecken. Und überall kam es zu Gebetsversammlungen und zu Bußkonferenzen. Das Thema Geistestaufe beschäftigte die unterschiedlichsten christlichen erweckten Gruppierungen außerordentlich. Und als ein Beispiel sei der Waisenhausvater Georg Müller aus England genannt. Er sagte von sich, er hätte zwei besondere Erfahrungen gehabt. Zuerst bei der Bekehrung und dann drei Jahre später, als er den Heiligen Geist empfangen habe. Sehr markant bringt es Charles Spurgeon auf den Punkt. Der König der Prediger. In einer Predigt über die Kraft des Heiligen Geistes sagt er, ein weiteres großes Werk des Heiligen Geistes, das noch nicht vollendet ist, ist das Kommen der Herrlichkeit der letzten Tage. In einigen Jahren, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, wird der Heilige Geist in einem völlig anderen Stil als heute ausgegossen. Die Prediger von heute sind in eine trockene Routine geraten. Immer fort predigend, predigend, predigend und wenig wird vollbracht. Meine Augen entzünden sich am Gedanken, dass ich es noch erlebe, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird und eure Söhne und Töchter Weissagen werden und eure Jünglinge Gesichte sehen und eure Ältesten Träume träumen. Soweit Spurtschen. Das ist die positive geistliche Entwicklung in Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Es war ein erwecklicher Aufbruch, der Hunderttausende von Christen damals erfasst hatte. Aber wir müssen auch sehen, dass es eine negative geistliche Entwicklung in Deutschland gab. Eine dunkle Seite geistlichen Lebens. Und die blühte im Zweiten Deutschen Reich, dem Kaiserreich, seit 1871 ganz gewaltig. Es war die Gründerzeit. Und in dieser Gründerzeit hatte Okkultismus und Spiritismus Hochkonjunktur. Da gab es Swedenborgianismus, Anthroposophie, Astrologie, Wahrsagerei und vieles mehr. Und gerade die leitenden Kreise des Adels bis ins Kaiserhaus hinein, auch des Militärs, des Bildungssystems, der Wirtschaft, waren davon durchzogen. Richtig durchzogen. Und leider auch die Kirchen. Unzählige Geistliche waren Mitglieder in irgendwelchen Geheimorden. Besonders in Preußen war die Freimaurerei ein Network, das alle leitenden Kreise verbannt. Schon zur Zeit Friedrich des Großen war sie fast so etwas wie eine Staatsreligion geworden. Adel und Militär waren davon durchsetzt. Im Zuge des aufblühenden Humanismus, des Geistes Griechenlands, erhielten öffentliche Gebäude seit Jahrzehnten schon griechische Tempelfassaden. Also Parlamente, Gerichte, Universitäten, auch Museen oder Kirchen, erhielten Tempelfassaden. Das zeigt etwas von dem Geist, der dahinter steckt. Die Olympischen Spiele wurden wieder belebt als Anknüpfung an die Antike. Die Ausbildung war völlig humanistisch geprägt und bezog sich immer wieder auf die Antike, das Antike Rom, das Antike Griechenland. Unzählige Verbände und Institutionen und Firmen benannten sich nach Figuren der griechischen oder römischen Mythologie, wie die Neptunwürft oder Hermes oder Viktoria und wie sie alle heißen. Archäologen raubten ganz unverhohlen Dinge und brachten sie nach Berlin oder in andere europäische Großstädte. Beispielsweise das Ischta-Tor, den Pergamon-Altar, die Nophothete-Büste und so weiter. Parallel dazu blühte auch das germanische Heidentum wieder auf, was wir dann bei den Nazis ganz ausgeprägt natürlich finden. Tinkplätze wurden aller Orten wiederbelebt. Die Beschäftigung mit deutschen Sagen und deutschen Geschichten wurde allgemeingut. Gebrüder Grimm seien da zu nennen. Es entstanden Druidenorden und ähnliche Geheimbünde. Und überall im Land entstanden auch eigentümliche Monumente, Denkmäler, wie zum Beispiel das Völkerschlachtsdenk Denkmal in Leipzig, die Valhalla, das Hermannsdenkmal, der Kiffhäuser und so weiter. Orte okkulter Machenschaften. Und so war es, dass Humanismus, Nationalstolz, Traditionschristentum, Okkultismus, unterschiedliche Mythologien und Philosophien aus der Antike sich zu etwas vermischten, was zu einer sehr sonderbaren, konfusen und vernebelten Sicht über sich selbst, über die Nation, über die Welt führte und eben auch über das Thema Religion. Und in der Dichtkunst, in der Malerei und vor allem auch in der Architektur können wir das bis heute feststellen. Da ist ein absoluter Mischmasch in dieser Ära zu finden. Und so gab es in Deutschland um die Jahrhundertwende viel Licht und viel Schatten.